Auch wenn die Straßen in China oft wie der größte Parkplatz der Welt erscheinen, wird sich der Automarkt in China bald an die Weltspitze vorgearbeitet haben. Im größten Land der Erde gibt es in Sachen Mobilität viel nachzuholen. Wer es sich leisten kann, investiert in ein eigenes Auto. Wenn diese aus Deutschland stammen, sind sie für Image- und Technikbegeisterte die erste Wahl. Dieses kann man bei den einzelnen Marken des VW-Konzerns gut sehen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Wir bei Audi sind seit 24 Jahren Marktführer im Premium-Segment. Worauf ist das zurückzuführen? Beispielsweise GD Power bewertet uns als beste Marke im Bereich Produktqualität, Händlerqualität, aber auch Servicequalität im Aftermarket-Bereich. Das sind natürlich die Erfolgsfaktoren, dass wir die zufriedensten Kunden hier haben in China. Das führt dazu, dass wir seit vielen Jahren Nummer 1 sind. Wir haben letztes Jahr die Kapazität hier in China lokal gehabt von ca. 300.000 Fahrzeugen. Wir haben auch 313.000 Fahrzeugen inklusive der importierten Fahrzeuge verkauft. Wir haben jetzt ein tolles erstes Quartal gehabt mit 40 Prozent Wachstum. Und wir sehen eine große Chance, großes Potenzial, das noch mal zu verdoppeln. Wo wird Mobilität vom Kunden gewünscht? Welches Budget hat der Kunde? Wie viel Geld ist er in der Lage, für sein eigenes Fahrzeug auszugeben? Wir haben also unsere Produkte ja hier auch lokalisiert. Wir werden unsere Produkte erneuern. Damit kommen natürlich neue Technologien ins Land. Und man muss sich anschauen, wie weit die Technologien, die entwickelt sind, die halt ihre Zuverlässigkeit gezeigt haben, in der Lage sind, beispielsweise sowas abzudecken. Wir wollen ja der beste Automobilhersteller werden, sei es jetzt ein Thema der Kundenzufriedenheit, sei es jetzt darum, dass wir auch die besten Mitarbeiter haben. Natürlich wollen wir Geld verdienen und letztendlich, was überhaupt nicht zu vernachlässigen ist, unserer soziale Verantwortung und auch unserer Umweltverantwortung gerecht werden. Dussehk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR